Und wir fangen an mit dem ersten berufsübergreifenden Handlungsfeld, dem Prozessmanagement. Im Prozessmanagement werden Berufsspezialistinnen für industrielle Transformation vorliegende Arbeitsprozesse analysieren und dafür nehmen sie oder wenden sie Methoden der Prozesserfassung an. Nachdem sie das dann analysiert haben, gehen sie mit einer entsprechenden Software in die Visualisierung von vorliegenden Prozessen, also auch Arbeitsabläufen, die in ihrer Abteilung vorhanden sind, um sie daraufhin zu analysieren und Optimierungspotenziale zu erkennen. Wenn sie das dann erkannt haben, wäre der nächste Schritt, dass sie mit ihrer vorgesetzten Person darüber sprechen, wie die Veränderungsmöglichkeiten mit welchem Kostenrahmen, in welcher Funktion umgesetzt werden können und bestenfalls setzen sie es danach dann auch um.